und also ja wirklich dadurch dass wir die schreckens magie zuerst ausschalten konnten also als nächstes sollten wir die krypto ausräuchern mal sehen ob wir das ohne probleme können die armee da oben die will schon mal noch nichts von uns es hat jederzeit die frage ob da nicht noch eine weitere aus dem boden kriechen kann hier unten irgendwo ihr habt meine gedanken gelesen vögel sind schneller aber das ist auch noch eine zombie krypto gehen wir mein teurer euer wunsch ist mein befehl schreckens magier nicht gut mit schwert und ross angriff ja das war es bald mit meiner kavallerie vorwärts und das mache ich nicht absichtlich um die loszuwerden das passiert halt einfach vorwärts gehen wir mein teurer vorwärts so das heißt wir können jetzt eigentlich stadt goring besuchen zu gucken was die noch so viel aufträge für uns haben so erstmal manar weiter steigern weil die besseren zauber kosten ja auch natürlich mehr mann vorwärts gehen wir mein teurer auf jeden fall skelette rumkriechen und anderes zeug nur vögel sind schneller wie gesagt die haben wir hinten bei der stadt wo ich herkomme die lasse ich erst mal vorwärts vorwärts nur vögel sind schneller nur vögel sind schneller mehr ja als nein vorwärts so nahrung nur vögel sind schneller nur vögel sind schneller nur vögel sind schneller töten gehen wir mein teurer ja so mal sehen was gehen wir mein teurer die stadt von uns will ok die wollen dass wir das ding da hinten zerstören ok nur vögel sind schneller und ja ich nehme halt auch die aufträge an einfach des geldes wegen vorwärts vorwärts wie sieht es eigentlich hier mit wir haben auch noch nicht wirklich viel ich muss auch mal gucken da oben sind steinbrüche ob ich da steine herkrieg gehen wir mein teurer vorwärts ok da ist wieder eine armee von untoten unterwegs ja ich habe aber auch das gefühl dass ich mit jeder gehen wir mein teurer nur vögel sind schneller jetzt habe ich mich in der ecke boxiert das ist nicht gut wo war mein letzter quick save ja wo gehen wir mein teurer nur vögel sind schneller ok das war bevor hier die schreckens magier aufgetaucht sind ja wo nur vögel sind schneller nur vögel sind schneller ich weiß halt nicht ob das jetzt die gegner von hier waren oder ob das eine neue armee war ja die hier die hauptstraße unsicher macht ja 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 wohin gehen ich verstehe vorwärts vorwärts ich mag die mission grundsätzlich auch wenn es eine der schwierigsten missionen im spiel ist euer wunsch ist mein befehl nur vögel sind schneller zum angriff was schon erledigt wohin gehen euer wunsch ist mein befehl das habt ihr nicht erwartet was das ist was ja bereit zum kampf schon wird erledigt spiel globalis kann man zu glück gut am leben halten ja vorwärts ja vorwärts Wohin gehen? Vorwärts! So. Vorwärts! Ja, als nächstes schalte ich mal die drei Zauber frei. Der Zauber hier ist zwar nett, aber den jetzt unbedingt freizuschalten... Auch wenn Segen und Glück keine schlechten Zauber sind. Nur Vögel sind schneller. Vorwärts! So. Alle mal ein bisschen hochheilen. Gehen wir, mein Teurer. Die brauchen auch wieder Unterstützung. Was wollen die denn? Also ja, ich hätte gerne noch die Möglichkeit, schnell von Stadt zu Stadt zu springen. Wen töten? Ja. Also von denen kriegen wir den Auftrag, den Goring-Friedhof zu zerstören. Okay. Gehen wir, mein Teurer. Nur Vögel sind schneller. Gehen wir, mein Teurer. Gehen wir, mein Teurer. Nur Vögel sind schneller. Ja! Scht! Wir finden es heraus. Was? Kein Problem. So, jetzt wirst du ja auch... Mit Schwert und Ross. Von der Stadt. Vorwärts! Ja. Was kriegen? Und jetzt machen wir mal ein Quick-Safe. Sicher ist sicher. Ja! Vorwärts! Nur Vögel sind schneller. Ihr habt eine Aufgabe für mich. So, jetzt müssen wir unsere Goblins gegenheilen und gucken, dass wir diese Skelette, die uns Gangkämpfer hier bedrängen, totkriegen. Vorwärts! Angriff! Nehmt keine Gefangenen! Bläh! Hier! Gut! Wir gehen, ungeachtet aller Hindernisse! Oh-oh! Töten! Okay, das wird jetzt furchtbar. Wir gehen, ungeachtet aller Hindernisse! Sht! Still! Nur Vögel sind schneller. Ich habe nicht genug Manna. Ah, sind schon so gut wie da. So. Gut. Sind schon so gut wie da. Nein, wir wissen nicht. Gut. Nur kein Aufsehen erregen. Gut, äh, gucken wir mal. Ein paar Leute heilen. Nahrung. Noch mehr Nahrung. Nur kein Aufsehen erregen. Gehen wir, mein Teurer. Gehen wir, mein Teurer. Ihr habt nichts Neues. Euch könnte ich Holz und Nahrung verkaufen. Aber euch aufzuwerten, das wäre eine gute Idee. Gehen wir, mein Teurer. Ja. Ja. Also ja, unsere Goblins machen sich ganz gut eigentlich. Nur Vögel sind schneller. 300 kostet der Nebel, der voll ist. Gehen wir, mein Teurer. Okay. Und? So, euch aufwerten. Und dann... Nahrung habt ihr. Kann ich euch etwas... Etwas Holz verkaufen? Na gut, ich kann euch das ein bisschen Nahrung verkaufen und... Ja, die... Das Holz kann ich euch auch verkaufen. Eure Befehle? Gehen wir, mein Teurer. Erstmal, er benötigt auch wieder Unterstützung. Dann gehen wir da mal wieder rüber. Also ja, wie ihr merkt... Oh, das ist praktisch. Ich verliere kein Mana mehr eigentlich. Zombiehöhle zerstören. Habt ihr noch was? Nee. So, das war ein Quick-Safe. Also ja, die Zombiehöhle da unten sollen wir zerstören. Und die Zombiehöhle hier oben sollen wir auch zerstören. Bereit! Machen wir das erst einmal. Vorwärts! Ja, und Sperrgoblins sind auf jeden Fall besser als Spießgoblins. Vorwärts! Ich habe nicht genug Mana. So, die Zombies sind alle vergiftet.